hallo und willkommen zur neuen folge minecraft revelation mit mir eure melyria und dem opa zockt denn morgen licht haben schild abgebrochen geht nicht kaputt ich muss noch einen schraubenschlüssel im moment ja du musst noch einen schraubenschlüssel batterie ist leer geht nicht toll ihr könnt ihr was gerade sehen was hier ist opa eine disco gemacht und zwar ich zeige euch mal was wir gebaut haben dass das jetzt doch so beleuchtet ist das werden wir mal ich gehe mal runter ja das werden wir für alle tanks machen so ist das schauen seht ihr was was sagt was sagen was ja du hast gesagt das werden wir für alle tanks machen ja ja ich würde dass das würde da oben machen wir oben läuft ja ich habe das so gut dann das ist schon mal das ist doch ein unterschied bieter und nach das schwöre ich dir die lampen die bringen es die electric lights von enda die bringen es wirklich und genau das und genau das liebe zuschauer werde ich jetzt bei jedem tank fortsetzen sieht aktuell noch kacke aus dass er so schwebt aber davon wollen wir uns jetzt mal nicht beirren lassen das kann man später noch durch feinarbeiten verschönern gut dann fangen wir an das ist das das ist meine aufgabe was das feinarbeiten das verschönern von mir aus dann machst du das stört mich nicht aber du musst sowieso noch eine hauptstromleitung legen damit die lampen überhaupt versorgt werden können ja er kriegt das schon hin da habe ich vollstes vertrauen was ich aber schon seit fünf folgen fort ich wollte einfach ich wollte mal meine batterie laden ich habe auch noch stromleitungen fällt mir gerade auf ja dann bleibt meine batterie ich eigentlich noch in energie wir haben eine batterie ist schon seit fünf folgen leer deswegen mein jetpack ist auch schon fast leer meine batterie hat meine batterie hat noch 67,93 mille also mein jetpack hat noch 47 millionen gehabt und 60 also habe ich auch schon ordentlich verbraucht ja wenn man es oft benutzt und wer und wie ihr vielleicht merkt liebe zuschauer der sound ist noch abgestürzt ist noch die gleiche aufnahme session aber ich würde sagen fangen wir erst mal an und zwar stromleitungen habe ich glücklicherweise mehr als genau hier brauchen wir auch die normalen lights packe ich mal in meinen rucksack gut dann das brauchen wir da nicht ein cobblestone kümmern wir uns später wieder drum weil wir machen in der unteren ebene später weiter möchte das auch noch loswerden das brauche ich gerade nicht das brauche ich gerade nicht so energy wie brauchen wir unsere energie oder unsere batterie ist voll ja brauche mehr habe ich schon mal gesagt wir brauchen mehr so und die lights brauchen wir die electric lights also wir haben jetzt wie viele haben wir jetzt verbaut eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht electric lights pro tank die hinteren glaube ich brauchen nicht beleuchtet und da leuchtet werden nur die vorderen genau so wie viele haben wir insgesamt wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht tanks also noch sieben tanks und sieben acht sind 56 das heißt brauchen 56 electric lights was bedeutet wir brauchen jede menge glas und zwar fußquartz durch niederquartz hast du hergestellt was ich brauche fußquartz ja es müsste eigentlich ausreichend da sein gut ich hätte gerade gesagt 56 lampen ne warte mal doch 56 lampen hatte ich gesagt guck mal nach wie viel da ist ja ich guck nach 75 das reicht nicht ich brauche und ich brauche basic capacitors aber das ein ganzes deckt basic haben wir das habe ich vergessen hat mal 7 8 56 genau alter wenn du die jetzt weg machst ne ich sage ich muss dich schlachten danach was mache ich weg was hast du für kummer ich kann das nochmal wiederholen was du gerade gesagt hast wenn du meine kapazitur weg machst dann muss ich dich schlachten die normalen kapaziturs ich brauche ich brauche die normalen basic da habe ich mir gerade ein stack von gecraftet also 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 56 electric lights es mangelt an Was? 89, komm, mach doch mal hin und dann 90 Sag mal, hast du Arschkrampel gerade mal eine ganz Basic Capacitas weggenommen? Nein, ich stehe bei der Charger Wo ist denn das Deck Basic Capacitas hin? Keine Ahnung Ich bin überhaupt zu träumen, vielleicht hast du ja nichts gemacht Oder sag du Alter Ich weiß genau, was ich gemacht habe Du hast mir meine Basics geklaut Nein, würde ich nie machen Jetzt reichen die nicht mehr zum Herstellen von Lampen Ich würde niemals Es fiel Grains of Infinite Tja, jetzt kann ich nicht mehr weiterarbeiten, weil du mir das Zeug geklaut hast Ich würde niemals Sachen klauen Ich muss runter in den Keller und gucken, warum die Anlage schon wieder nicht funktioniert Das frage ich mich auch andauernd Ich boh immer noch 89.000 Ich habe so viel am Laufen gehabt, dass die schon wieder nicht funktioniert Das ist nicht normal Irgendwas ist da schief gelaufen Oh, 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 oh Ein Creeper ist gerade hinter mir hergekommen Ich habe die Tür gerade noch rechtzeitig geschlossen Die arbeiten Nicht alle, aber sie arbeiten Der Porsche ist kaputt Wie ist der kaputt? Okay, der braucht noch ein bisschen länger Ja, sicher Der war doch Bedrock Wo war's hier los? Ein paar Arbeiten noch, aber irgendwie Oder reicht nur die Feuerzeuge nicht Es kann sein, dass er die jetzt woanders verteilt hat Hier ist eins drin Da ist eins drin Er hat die nur neu verteilt Das ist alles Ich war ja noch nicht ganz mit fertig Als er mich gerufen hat Ich bring die Anlage eben zum Laufen Dann kann ich wieder nach oben Dann geht es weiter Ich gebe das kaputte Feuerzeug Den Repairer Hat da was zu tun Da fehlt nur eins Da fehlt nur eins Da fehlt nur eins So Initialisieren gleich Und dann läuft das Laden Wie lange? Du hast doch auch ein Feuerzeug Initialisieren wir bitte die Blöcke, die nicht brennen Ah ne nicht Du hast mich doch auch gerade angezündet Ja, das ist ja schon ein paar Tage her Das gibt es ja wohl nicht mehr Jetzt hat er kein Feuerzeug Da zündet mich an Das hat kein Feuerzeug mehr Da geht das hier nicht Weil es erstmal initialisiert werden muss Aha Das heißt Du zündet mich Das wird gewaltig manuell an oder was? Einmal Danach läuft es selber Seht ihr liebe Zuschauer? Das habe ich gemeint Der hat ein Feuerzeug Der zündet mich hier auch schon wieder an Habe ich gar nicht Ich habe ein Backpack hier Oh, du siehst irgendwie so rot aus Schönes Lagerfeuer, ne? Joa Schön warm Oh, riecht dir das? Riecht dir das Schnitzel? Riecht dir das alte, ranzige Schnitzel Was gerade vor mir brutzelt? Oh, ja Oh ja Oh ja Der geht sich löschen Geh weg Ey Geh weg Ey, ich bin schon was, Toto Auf damit Oh Echt jetzt? wenn du mich tötest naja nicht ist was du bist was tut ich will ich nicht schlagen man hau ab ich habe ich habe schon vor zwei folgen seit geworden ja hier bitte sehr was der dämliche gehen system im system ist futter fertig das will ich auch nicht ich habe kein hunger ich habe chips ihr könnt das liebe zuschauer die anlage läuft die andere hier die wird auch noch zu ja noch nachträglich gemacht aber erst mal dass wir diese hier laufen ich gebe ihnen auch noch eins mehr finden umlauf warum laufen die hinten aber es funktioniert es funktioniert kaputte vollzeuge werden wieder reingebracht hier wunderbar ist gleich das beste beispiel die zuschauer das ding ist ziemlich drohe ist ziemlich runter das wird jeden moment rausgezogen und nach der reparatur wieder reingeschmissen warten momentchen ab das dürfte nicht lange dauern ok hier ist gerade das ist die wieso ist das system zusammengebrochen was die hören einfach auf zu arbeiten warum griff aus genug da was zum wieso hat er aufgehört ein grins of infinite zwischen warum ok das kann ich mir gerade tatsächlich nicht erklären es sollte normalerweise tadellos funktionieren warum es nicht macht verstehe ich nicht schild auf rest und puls upper left auf on use item und block hier wie ihr sehen könnt ist genau das gleiche also warum er jetzt einfach versagt hat ich habe keinem lassen schimmer er müsste normalerweise weiter arbeiten aber er hat es einfach nicht gemacht jetzt muss ich das wieder neu initialisieren was ist dein vergangenes problem aber immerhin die funktionieren das ist das ist echt schon eigenartig sollte normalerweise nicht ausfallen die stören sich auch nicht ok doch die stören sich sogar ungemein hier ist ein fehler drin eingebaut den muss ich eben beheben aua das restos signal hat sich nämlich überschnitten deswegen ist es ausgefallen jetzt ist es jetzt dürfte der fehler nicht mehr auftreten du kannst nicht produzieren weil aufgrund aufgrund work and work ich glaube das ding muss woanders gesetzt werden ich befürchte das wird so nicht richtig funktionieren weil es wird dauernd immer was hier zwischen hängen ich glaube ich muss das noch mal um platzieren ich bin nicht zufrieden ich auch nicht ich habe ein problem ja ich nämlich auch hier wie war das hier mit der range das daran dass die nicht arbeiten können bei voll ich habe das hier mit der rückwärts ich kann nicht arbeiten weil die nur auf zehn prozent leistung laufen weil die batterie voll ist okay das ist ein grund ja das ist ein luxusproblem weil die gesuchtes problem ich kann auch nicht arbeiten weil so einer funktioniert aber einer arbeitet auch schon wieder nicht das gibt es doch wohl nicht das sollte doch mal langsam funktionieren hier jetzt falle ich schon wieder nach und nach aus was zum teufel das gibt es doch nicht die arbeiten schon wieder nicht die arbeiten aber die hintere reihe weigert sich zu funktionieren ja hintere reihe versagt schon wieder und ich weiß nicht warum jetzt sind wir gerade ungemeinen rätsel aber ich habe ich habe die befürchtung das sollte nicht passieren das sollte nicht passieren der hört schon wieder auf hier oben ist ganz schön krach ich glaube dein messerator ist kaputt ja oh hier ist ein kurzschluss was ist mit der mauswärtssicht los jetzt dreht sich die maus hoch wieso das denn ich glaube das ist ein sanator so kaputt ich glaube das ist ein sanator so kaputt warum ist da blut drin? war irgendwie in einer schmelze oben drin? äh du weißt ja dass zwischendurch in der smeltery monster spawn ok wie kriegt das nun da raus? leider gar nicht es sei denn du äh es sei denn du schüttest jetzt auf einen leeren table ah das war jetzt ein coagulated loot aha ja ja wenn du es trockenest an einem an einem ähm an einem ähm drying rack kriegst du damit extra energie so jetzt muss der fehler wirklich behoben sein jetzt jetzt sollte der fehler wirklich behoben sein jetzt muss es funktionieren und wie ihr jetzt gehen könnt liebe Zuschauer es wird es wird jedes mal den reparierer ein kaputtes feuerzeug reingezogen es wird repariert und zurückgegeben suchen sie mal ein kaputtes feuerzeug oh das nervt ganz schön tja der messerwater ist kaputt ja ich komme so es funktioniert jedenfalls ich bin zufrieden jetzt geht es nach oben zurück zur oper wartungsdienst hallo ja ich komme ich komme ich bin unterwegs kaputt ja 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 der grund ist ganz einfach kaputt nix kaputt zu wenig strom ja mal eine nach oben ich bin jetzt rausgenommen wo ist der ding jetzt schon wieder boah läuft ja gar nicht mehr ist ja auch leer er fertig Der muss einfach nur ein Upgrade rausnehmen. Weil dieses Ding hier packt nicht mehr. Dann mach mehr. Das geht nicht so einfach. Das weißt du. Warum? Einfach ein zweites Nudler bauen. Bloß nicht. Wenn sich das verbindet, macht es Boom. Oh. Aber wie heißt das? Das wollen wir nochmal testen, ob das wirklich Boom macht. Da muss viel mehr hin. Ja, aber das darfst du nicht so miteinander verbinden. Die Badbox kannst du nicht unbedingt damit verbinden. Weil die kann zwar 32 EU, aber das Ding gibt 15,15 aus. Wenn du jetzt zwei dran anschließt. Sind wir bei 31, ja. Und? Ja doch, du hast recht. Du hast recht. Jetzt zählt er mich schon wieder an. Hab ich gar nicht. Sag mal, was hast du geschluckt, Junge? Ich würde noch nie im Leben in einem Holzhaus mit Feuer spielen. Das haben wir bei Sky Factory gesehen. Ja, da hast du ja im Holzhaus mit Feuer gespielt. Ich nicht. Ja, toll. Dafür musste die Illyria Hausratversicherung GmbH dafür aufkommen. Ja, das ist einfach toll. Wenn du vorher im Holzhaus spielst. Also ich hätte das nicht bezahlt. Ich darf das. Ups, falsche Etage. Falsche Etage. Ich brauch mehr Dirt. Oh Mann, ey. Alter, wir sind ein hochtechnologiertes Unternehmen hier, ey. Aber wir kriegen es nicht gebacken, mal 10.000 Dirt herzustellen. Nein, da muss ich ja 20 Jahre warten, bis wir überhaupt mal 20 fertig sind. Tja, was soll ich dazu sagen? Mach was. Mach jetzt was. Ich bin doch nicht für Dirt zuständig. Eins, zwei, drei. Der vierte. Okay, hier ist eine Unsymmetrie entstanden. Wie ist das denn entstanden? Eins, zwei, drei. Mir leckt das Spiel gar nicht. Eins, zwei, drei. Ja, ich habe Lecks. Können wir beheben. Fue ich einen einfachen Trick. Der Trick, den hört ihr gerade. Äh, ja. Aber nix. Ich wollte den... Na komm, wo ist jetzt die Möglichkeit nach oben zu kommen? Ich habe keinen Bock auf die Lecks. Was passiert jedes Mal, wenn ich die Folgen auf der Abwelle gehen habe? Ach, was soll ich? Scheiß drauf. So, warum ist jetzt hier Unsymmetrie? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, ist doch symmetrisch. Was habe ich denn gerade für einen Scheiß gezählt? Egal. So, der vierte jedenfalls. Dafür brauche ich den Magneten. Den holen wir uns jetzt aus dem Rucksack zurück. Eins, zwei, drei, vier. Da kommen die Lampen rein. Hier wird das andere natürlich gemacht. Hast du schon wieder in der Fahrstuhl geklaut, oder was? Ja, weil sie ja doch. Immer wieder. Katastrophal, jei. Ja, ich schwöre, ich dir. Geht mir genauso. Drum, 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 drum. Und ein paar Stromleitungen legen. Das kann Opa anschließen, später selber verschönern. Das hat er ja vor. Fehlt hier dieses Rauschgeräusch, wenn man irgendwie in die Tiefe fällt. Auch für das Funktion. So. Das hätten wir auch gemacht. Jetzt muss ich auch mal da runter. Kann Opa mich wesentlich wieder zubauen, weil ich jetzt alleine hier bin. Hehehe. Aber warte mal. Capacitors, da war doch was. Die Anlage läuft hier wieder. Capacitors, da war doch was. Okay. 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 So. Äh. Achso, das muss wir mal. So. Hab ich schon. 56 electric lights. Jetzt brauchen wir. Boah, schreien wir nicht in die Ohren. Was los mit dir? Ich hab kaputt gemacht. Oberklocker jetzt hier. So. Sind 55. Die Frage. Achso. Ah, ich mach das ja wieder rückgängig. Noch mehr. Die verarschen hier? Electric lights wollte ich doch aufgecraftet, umgecraftet haben. Ha! So geht das hier. 56. So. Jetzt hat er was. Oh. Dann macht man wieder alles. Ich mach das nicht mehr. Dann macht man wieder alles kaputt, der Opa. Ups. Aber jetzt läuft das Ding wenigstens. Er macht wie immer alles kaputt. So macht man das. Ja. So macht man das. Man macht alles kaputt. Nö, wieso? Das Ding läuft jetzt hier mit 54 EU. Du läufst gleich mit 32 EU. Wie gesagt, 54 EU. Vollgas. Aber jetzt ist der Hopper zu langsam. PADAM! Oh! Okay, ich brauch einen Hopper. Hahaha. Hoppa, hoppa, hoppa. Jetzt ist der Hopper dran. Nein, jetzt hat irgendein Hopper mein Hopper geklaut. Oh. Jetzt könnte er sehen, wie schon. Unter jedem Fenster ist jetzt eine Lampe. Jetzt gehe ich natürlich wieder hier raus. Voraussetzig bin ich das richtige Loch. So. Wie viel braucht der? Ja, mega geil. So. Der Tank, wie ihr sehen könnt, der ist wieder dicht. Die Flüssigkeit ist wieder da. Die Lampen leuchten. Wenn ich mit dem Hebel, den ich jetzt hier gemacht habe, kann man jetzt vielleicht die noch nicht steuern. Aber dafür sind ja diese Redstone-Leitungen da. Kann man den schneller machen? Übertreib es nicht. Ich weiß, wie... Ich habe mich mit IC2 auseinandergesetzt. Anscheinend nicht genug. Oh doch. Du hast einfach nur Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Wieso? Gut. 4.50 EU. In Ordnung. Verbinde mal... Tausch die Zinnleitungen gegen Gold aus. Nö. Weil Gold kriegt einen Stromschlag. Habe ich gar Bock drauf. Äh... Ja, du kriegst mal... Nicht, wenn du die Gemantelten nimmst. Du hast aber gesagt, Gold-Leitung, nicht die Zinnleitungen. Ich verspreche dir ein hübsches Feuerwerk. Nö, da passiert nichts. Noch einmal so besitzt und dann war es das. Ja, und alles ist kaputt. Nö, nur die Leitung. Alles kaputt. Nur die Leitung. Bei Gold-Leitung ist dann nur die Leitung hin. Ich sehe das... Ich sehe in einer fernen Zukunft. Wenn wir soweit sind, Opa drückt einen Hebel und die ganze Basis fliegt in die Luft. Nö, das mache ich von weiter weg mit Atomwurmen. Ja, das kann man quasi machen, um, ähm, ja... Wenn das Projekt ein Ende findet, dann können wir das machen. Zuschauer sollen mal entscheiden, wann wir das machen wollen. Wenn wir fertig sind. Wenn es so eine Bauung gibt. Ja, wir brauchen ja ein bisschen Spaß. Ja. Das ist aber die Basis, mein Luftjahr, fangen wir mal von vorne an. Zurück in die Steinsalte. Nö, zurück in die Zukunft, wie das hieß. Richtig. Output? Achso, das macht mir die Schackeln. Ach, da drunter ist jetzt so eine Scheiß-Verdammte-Kack-Leitung. Verdammt. Ja, es funktioniert. Gucken wir uns mal das vorher und nachher an. Ihr seht, Licht ist... Alter. Du wolltest hier doch gefärbte Lichtblöcke setzen. Hier ist es so zappendustig, ist alles voller Monster gespawnt. Es ist eine Monsterfalle geworden, die Tank-Ebene. Ja. Geil, ne? Wenn den Umstand nicht behebst, dann... Ja, dann das... Dann betrete ich die Ebene nicht mehr. Ganz einfach. Du musst ja nicht die Ebene betreten, du sollst hier oben die Lampen machen und nicht da unten rum eiern. Das heißt, immer wenn du da unten bist, weiß ich genau, du machst nichts. Also, sieh zu. Ich bin hier am Arbeiten. Du bist gerade dein Leben am Chillen und futterst Chips. Wetten? Nein, ich bin am Arbeiten. Das sagt auch der, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckt. Ich arbeite! Ich hab keinen Fernseher. Ja, ich hab zwar einen Fernseher, aber ich hab vor, mein Fernseher wieder abzumelden, weil das, was im Fernsehen läuft... Ich bin nicht bereit, Geld zu bezahlen für Werbung in HD-Qualität. Warum nicht? Ist doch geil. Ja, sehr ist Werbung geil. Werbung in HD, das muss jeder haben. Ja, auf alle Fälle. So, wie sieht das jetzt langsam aus, da? Ich hab schon den zweiten angeschlossen, weil alle... Klar war ja nichts zu machen bis jetzt. Aber wir haben die Folge noch schwer überzogen, Opa. Wir müssen Feierabend machen. Ja, aber ich möchte jetzt erstmal hier Grains of Infinite haben. Läuft doch jetzt. Ist noch nicht alles angeschlossen, aber Grains of Infinite läuft. Wann? Äh, schon seit zehn Jahren, sag ich immer mal. Nein, seit ungefähr zehn Minuten läuft die Anlage. Aber warum ist denn da nichts da? Ey, mach mich nicht kirre. Das kann nicht schwer leer sein. Vier. Was? Hast du gerade rausgenommen? Ne, ich brauch Zeug jetzt langsam. Sechs. Der macht mich kirre, der alte Mann. Der macht mich kirre. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Falsche Zwischenebene. Ja, ich weiß. So fühle ich mich auch. Hey, was ist jetzt kaputt? Was? Was ist jetzt kaputt? Also hast du jetzt kaputt gemacht? Oh. Warum ist jetzt kaputt? Hier ist ja schon wieder was ausgefallen. Wieso habe ich 116 Grains in der Tasche? Aha. Der Vakuumulator. Der Vakuumulator. Der macht das Problem. Der Vakuum. Ich brauche mehr Generatoren hier. Ich weiß nur eins, das funktioniert so nicht. Ich mache das jetzt anders. Mir reicht es jetzt. Ja, wir sind in der nächsten Folge. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Wir hoffen, hat Spaß gemacht wie wir. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF, 2020